Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Forest. Diesmal werden wir heute mit Felix nochmal spielen, leider nicht. Ja, wir waren stehen geblieben beim Hausbau. Wir haben schon den Garten weit fertig. Die erste Tarte ist schon mal fertig, die zweite Tarte werden wir auch gleich fertig haben. Ja, wir hätten jetzt nicht lange vielleicht 10 Minuten gespielt. Und ja, hier liegt so viel Holz, weil der Lukas, der fand es witzig, da mit Dynamit rumzuspielen. Junge, er hätte mich wenigstens mitnehmen können. Junge, ist das dein Ernst? Junge, warum ist das mein Ernst? Boah, mir wird echt ziemlich schnell kalt, muss ich schon sagen. Du, eine Fuhre und dann... Bist du auch so'n, äh, frier Typ. Er wird sich verarschen. Wo ist der andere? Wo, wo ist der andere? Der andere Schlitten. Ähm, der ist oben. Boah, willst du mich verarschen? Ja, ich dachte, den hättest du mitgenommen. Du sollst erstmal eine Lampe hier in unser Haus rein, ne? Wir brauchen am besten zwei. Oder in jeder Ecke wieder eine. Jetzt lass mal ein steigen. Geh in der Fresse. So, jetzt gleich müsste der Totenkopf eigentlich da rausfallen. Na, dauert nun mal ein bisschen. Wollen wir gerade noch Snickers essen? Warte, ich esse einen Edible Leg. Dann wollen wir mal wieder mit unserem Holz Schlitten uns unterwegs machen. Ja. Was ist klein und leichtes Großes? Keine Ahnung. Rate. Nee, warte. Was ist klein und leichtes Großes? Rate. Keine Ahnung. Rate. Kennst du die Werbung schon nie, ne? Nein. Le Car... Le Caractère. Ich weiß nur, dass ich gerade schon wieder welche Schreien gehört habe. Ah, jetzt kommt er doch. Jawoll. Kann ich so da dran gehen, ohne den Fall zu lassen? War ja klar. Dann wollen wir mal oben weiter arbeiten, ein bisschen. Bist du dabei, ich bin hier hinter dir. Ah, Junge, diese Tür, ne? Die macht mich so aggressiv. Du musst immer noch Steuern drücken, dann kommst du besser da rein. Die macht mich immer so aggressiv, solche Türen, ne? Hier zieht's nachher ein bisschen durch, glaube ich. Mach da nix. Das ist unsere Sonnenseite, ne? Felix. Kannst du da nicht mehr hinmachen? Nee. Wird vorgegeben. Das ist ja blöd. Naja, du fährst da mal hin, ich geh mich nochmal aufwärmen. Ist schon wieder so kalt. Hier liegen noch einige Baumstämme, ne? Ja, hier hinten liegen noch dermaßen viele. Oh. Na gut, eben lagen hier mehr, hatte ich das Gefühl. Hey, hat der Felix ja auch schon welche aufgegessen. Nö, was klaust du die? Oh, jetzt hab ich sie aufgeschreien gehört. Ja? Schön. Oh, Junge, was wirst du mit dir in deinem Eck vor der Karre? Vielleicht wird schon wieder hell. Ich glaube, das Holz reicht nicht, Lukas. Aber wird das wissen. Hm. Wo liegt denn noch mehr Holz? Oben. Wow, oben. Gut, dass ich Musik hören darf während der Aufnahme. Darf ich auch. Ja, ich weiß nicht, ob das Sound dann auch aufgenommen wird. Äh, ich darf nur, oder ich muss dann NCS oder Tobu hören, die die halt erlaubt sind. Oho. Oho. Felix, Besuch. Oho. 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 Ich hab noch einen Arm. Ich kann ihn nicht schlagen. Felix, Vorsicht. Er lebt ja noch Der eine nimmt den mit WTF Mal hier? Du wirst keine Ruhig Felix, ganz ruhig Hast du den, hast du den eingesehen, der hat den voll mitgenommen? Ja Ich hab die Freunde nicht mehr für später mit So, ich nehme mir erstmal einen Kopf mit Wenn das jetzt geht, ne, dann Schade geht leider nicht Wo bist du denn? Bei dem Lager Ich nehme den Kopf mit und nehme mir eine Leiche mit Und dann wollen wir schon mal ein paar Lampen wieder fällig machen, würde ich sagen Ja, aber die hier oben erst bitte Was? Hier oben Lampen hin Äh, Felix, es haben nicht, du hast mich alle kaputt geschlagen Kannst du mir mal bitte Rückendeckung schnell geben? Ich bringe mal grad jemand mit runter da oben rennt er auf den Berge da sind ja auch Viecher ich finde unsere Treppe ist schon mal ein Meisterwerk geworden kann ich wenigstens zwei toten Köpfe mitnehmen im Inventar du kannst vier mitnehmen das Dach extra ein bisschen höher gemacht weil die Wände so ein bisschen niedrig waren ich habe einen der The Forest Zockt Felix ja der mitzocken will nee der einer der gerade The Forest Zockt was wir uns das jetzt an der mitzocken will ja hey willst du bei uns mitzocken die zwei Lampen oben sind soweit fertig und Lukas da oben laufen schon wieder vier Leute oder drei ich habe gerade den angeschrieben mitzocken haben im Kum ich habe gesagt er kann auch noch mit kommen mimi 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 junge bau dir eine Rückfahrkamera aber und das ist ein Teil der Städte Arie klar ich habe mich schon wieder in Zauberkopf gemacht Prozent das war nicht wenn das mal nicht wenn das mal nichts ergibt mit der Bauaufsicht ja ich habe mir diesmal ein Teil machen Warum stellst du ihn so weit weg? Ja, Junge, weil ich da nicht durchgekommen bin. Wenn er zu blöd ist zum Durchkommen, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich hab mal... Erstmal hier, zack, zack. Dann zieh. Mal wieder ein bisschen Feuer machen und dann... Alter, der Zaun ist kaputt. Nee, sag bloß. Hast du ihn kaputt gemacht, du hoge Sohn? Noch 15 Dinge entsprachen wir. 14. Wenn du hier nicht durchkommst, dann weiß ich auch nicht. Na, Junge, lass gleich mal zusehen, dass wir den Zaun und so alles für dich kriegen. Und dann... Wohohoho, alter! Alter! Die Fotze kamen zu mich zugeranden. Patsch, werdet meine Fotze hat. Mach dich ran, du Fotze. Aje. Guck, du kleine Schlampe. Na, du blöde Kuh? Nimm dir gleich deinen Gefeiter mit. Lass sie mal leben, bitte. Lass sie leben, lass sie leben, lass sie leben. Wir gucken, was passiert. Ob der gleich der andere da hinkommt und die mitnimmt. T-Bang. Aha. Ich will wissen, was gleich mit der passiert. Oh, die steht wieder auf, die steht wieder auf. Können liegen bleiben, Stamper. Ich hab gesagt, liegen bleiben. Ups. Hey, unser Haus sieht schon mal von außen schön aus, finde ich, ne? Jo. Es leckt. Und die Arme kann man essen, wenn man die auf dem Feuer tut? Aber ich grill meine durch, das heißt, bei mir kommen dann Dinger raus. Bei mir kommen dann Knochen raus. Kann man Beine auch essen? Ja. Aber Beine schmecken nicht so lecker, da den Fußnägel dran. Nehmen wir den Körper mal auf und werfen den hier ins Wasser. Für ein paar Haie oder so. Ja. Vielleicht locken wir damit auch noch ein paar Schildkröten oder so was an. Ah! Man verliert dadurch ja Leben. Ja, wenn's abgegammelt. Naja, du fährst nicht immer. Lass es bitte da drin liegen, was da alles ist. Ich hab gerade gesagt, du sollst es da drin liegen lassen. Du Arschloch. Ja, sorry, ich wollte den Kopf... Jetzt kann ich schon wieder keine Knochen machen. Ja, warte, ich hab hier noch ein paar Arme. Ein paar Beine hab ich auch noch für dich. Dann leg da drauf und polze die so lange, bis der Knochen rauskommt. Ich geh wieder hoch. Ja, unser Haus sieht nur zur Hälfte fertig aus. Sieht total schief aus. Warte, ich hab schon wieder keine Energie. Hilfe. Ah, Junge, das stinkt echt widerlich, ey. Wow, ist das abartig. Das stinkt. Ja, das verbrutzelte Fleisch hier. Joa, du küsst ja echt. Nein, Spaß. Welche Krämpfe hat da? Guck mal, hier einen Stein, ey. Ich werf jetzt aus meinem Fenster. Schreibt, dann müsst mal in die Kommentare, ob Felix Krämpfe im Kopf hat oder nicht. Oder gebt das Video einen Daumen nach oben. Oder einen Daumen nach unten, wenn er keine Krämpfe hat. Aber ich glaube eher, dass ihr das positiv bewertet. Deine Mutter gleicht das auch dreimal. Deine Mutter, Alter. Ach. Geht denn auch so ne Schlampe? Oh. Und was machst du hier schon wieder? Effizientes Arbeiten, nennt man sowas. Hier, nimm die Arme noch wenigstens mit. Nein, hohe ich nicht. Ja, mich meckerst du voll. Ich bruch Knochen, ne? Und lass... Ähm. Was, M? Na, egal. Der Ding ist jetzt grad die Spawn. Hast du deine Knochen mitgenommen, oder was? Jo. Wer ist online? Alter, es leckt ab und zu mal so recht. Kann man zwei Beine und zwei Arme nehmen? Ja. Okay, dann hab ich... Alles voll. Ich bin grad für ne Sekunde weg. Ich muss was zu trinken holen. Ich krieg nen trockenen Mund. Felix, unser neuer Hashtag für diese Folge ist... Hashtag Felix ist schwul und stinkt nach Maggi. Oh, sag mal, was ist das eigentlich immer mit deinem Maggi, Alter? Nächste Folge darfst du dir den Hashtag aussuchen. Schön, dass du zu Ende baust, Felix. Ups. Nein, nicht meine Schuld. Haben wir schon wieder Tag der offenen Tür hier, oder was? Loll, man kann sogar mit dem Schlitten hochfahren. Ich bin, ich bin mit dem Schlitten im Haus. Ah, ne, okay, ganz im Haus komme ich nicht. Wofür brauchst du denn die Knochen? Für einen Speer. Du kannst dir den Advanced Speer machen. Wo denn? Du musst erstmal den Speer haben, damit du den machen kannst. Warum hast du nicht so was Schönes gebaut? Achso, das ist das, glaube ich, oder? Ja, unser Haus ist total schief nach hinten. Macht nix, das wird unsere Veranda. Wie kann ich Platz hier ein Abbrechen? Was? Also. Nehm, du einfach C drückst. Ich brauche hier meinen Ausgang für unsere Veranda, ne? Das gehört, Felix, ich baue hier gerade unser Haus um, oben. Ja, das wäre schön. Ich freue mich auch direkt. Irisch. Experimental Wall. Ich brauche sie dann auch kaputt machen, das Fenster hier. Äh, 14, also zwei Wagen und einen halben brauchen wir noch. Wie, zwei Wagen und einen halben? Ja, 14, 15, 16, 17, machen wir mal. Lukas! Komm, schnell, schnell! Hier sind zehn Stück. Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Boah, hier sind zwei, vier. What the fuck? What the fuck? Lauf runter, lauf runter, lauf runter, lauf runter, komm, 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 komm. Oh fuck, hier sind locker zwölf Stück oder zehn Stück, Alter. Ja, komm nach unten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, pass auf, Alter, da waren, da waren richtig viele. Verdammt viele, verdammt viele. Pass auf. Pass auf, die kommen alle. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das hat die lange gehalten. Erst mal tot gehen. Okay, jetzt ist sie da drinnen. Scheiße, die ist ja reingebackt. Macht nix. Auf geht's in den Kamm, Felix. Mach dir da eine Axt bereit und los geht's. Sind die anderen abgehauen? Ja, die holen Verstärkungen. Ah, die sind hier, Lukas. Einer ist hier noch. Da rechts. Dieser Priester. Da ist noch einer, Felix. Lukas, hier ist nicht nur einer. Einer bei mir leckt, das. Felix. Weg da, weg da, weg da, Felix, weg da. Alter, es leckt. Warte. Lukas, wo bist du? Es leckt. Ich, ich, es leckt. Wow. Alter. Wir sollten nach unten. Komm nach unten, Lukas. Hier sind so viele. Alter. Lukas, komm nach unten. In jedem Augenblick tot. Komm nach unten. Rennen. Oh my God. Oh my God. Und genau jetzt ist eigentlich die Zeit, um... Aufzuhören. Meine Damen und Herren, ob wir den Kampf gewinnen, sehen wir in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Abonniert Felix oder mich oder auch beide. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.